Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns WebAffiliate von Sven Hansen, Tommy Seewald und Ralf Schmitz an. Gemeinsam haben sie eine Software aufgebaut, mit dem ihr nur mit drei Klicks ein komplettes Online-Business aufbauen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns heute in diesem Erfahrungsbericht an. So, jetzt sind wir auch im Dashboard angekommen. Bevor wir uns die Software genauer angucken, du findest diesen ganzen Bericht auch als Textversion auf meiner Webseite kurserfahrungen.com. Dort kannst du das problemlos nochmal durchlesen, das heißt, wenn du jetzt irgendwas nicht verstanden hast, in der Videobeschreibung befindet sich der Blogartikel, kannst dann auf den Artikel draufklicken und dir nochmal den kompletten Erfahrungsbericht schriftlich anschauen. Genau, und jetzt gehen wir auf jeden Fall in WebAffiliate rein. So, wie läuft das jetzt genau ab? Ich werde euch die einzelnen Kurse zeigen, die ihr theoretisch erwerben könnt. Dann werde ich ein bisschen was dazu sagen. Dann suche ich mir ein ganz spezielles Video aus, das ich euch zeigen werde, euch abspielen werde, damit ihr wirklich exklusive Inhalte bekommt. Und zum Schluss zeige ich euch mein persönliches Fazit, also was ich persönlich davon halte. Dementsprechend lohnt sich es auf jeden Fall dran zu bleiben. Wenn ihr diesen Kurs gekauft habt, bekommt ihr diese vier Kurse. Als erstes WebAffiliate, dann Certified Training, dann die Reseller Lizenz plus TikTok Traffic Turbo. Der erste Kurs ist natürlich die Software. Da können wir jetzt einmal kurz reinklicken. Wie ihr seht, da gibt es 88 Lektionen und da wird euch alles erklärt über diese Software. Bedeutet, erstmal vorstellen, wer sie sind und was sie mit diesem Projekt vorhaben, also mit dieser Software. Dann halt Mindset ist sehr, sehr wichtig bei dieser Software. Denn ihr werdet natürlich nicht nur durch drei Klicks tausende Euros verdienen. Das sollte klar sein. Genau. Und dann geht es allgemein um das Thema Affiliate Marketing. Das bedeutet, wie funktioniert das Ganze, wie kannst du viele Provisionen mit dieser Software generieren. Und zum Schluss kommen noch die ganzen Traffic Strategien. Das bedeutet zum Beispiel über Facebook, dann über Pinterest, TikTok, Social Media. Dann kommen auf jeden Fall ganz viele Strategien, die ihr einfach umsetzen könnt, wie ihr zum Beispiel Webifiliate oder andere Webinare perfekt promoten könnt. Ja, damit ihr wirklich so viele Provisionen, wie es nur geht, mitnehmen könnt. Dann kommen die Vorlagen. Die sind jetzt speziell für Webifiliate. Die könnt ihr euch hier runterladen. Dann gibt es noch einen Bonus. Bei diesem Bonus handelt es sich um verschiedene Vorträge von Top-Marketern, unter anderem auch von Ralf Schmitz oder Sven Hansen. Plus, diese Vorträge sind nicht nur irgendwie 10 Minuten lang. Die sind wirklich teilweise eine Stunde lang. Wir können ja mal kurz reingucken. Wie ihr seht, dieser Vortrag von Sven geht einfach über eine Stunde. Und das ist ein exzellenter Bonus, um wirklich noch erfolgreicher mit dieser Software zu agieren. Als nächsten Kurs haben wir das Certified Training. Das bedeutet, dort bekommt ihr Live-Trainings. Ich kann ja einmal kurz reinklicken. Wie ihr seht, also hier ist jetzt noch nichts drin. Das wird jetzt die nächsten Tage aufgefüllt. Das bedeutet, diese Trainings werden die nächsten Tage stattfinden. Wenn ihr diese Trainings abgeschlossen habt, seid ihr wirklich zertifizierte Partner von Webifiliate. Warum ist das so vom Vorteil? Ganz einfach, weil dann könnt ihr behaupten, dass ihr mit dieser Software wirklich verpartnert seid. Das bedeutet, ihr bekommt auch mehr Trust. So, der nächste Kurs ist die Reseller-Lizenz. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, das bedeutet einfach, dass du 100% Provision bekommst, wenn du diese Software weiterverkäufst. Dann gibt es noch den TikTok Traffic Turbo Kurs. Mit diesem könnt ihr Ads schalten. Das heißt, wir können da einmal kurz reinklicken. Ihr bekommt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr wirklich auf TikTok Ads schaltet. Wie ihr den Ads Manager auf TikTok einstellt. Wie ihr ein Werbevideo erstellt. Und so weiter und so weiter. So, und ich habe euch versprochen, ich zeige euch einen exklusiven Einblick. Den schauen wir uns jetzt an. Da gehen wir in diesen Kurs rein. Wir gehen auf Software-Rundgang. Und jetzt erzählt euch Tommy eins zu eins, wie das Ganze funktioniert. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Willkommen zur Software. Ich möchte dir jetzt in einem etwas längeren Video einen kompletten Rundumblick geben, wie die Software funktioniert. Und dazu, so sieht es aus, wenn du eingeloggt bist. Und jetzt erkläre ich dir einfach mal, wo alles angeordnet ist. Hier oben findest du Tutorials. Da findest du auch nochmal alles erklärt in kleinen, kurzen Videos. Dann haben wir hier Kurse. Hier findest du auch genau das, was du dir gerade anguckst. Dann haben wir hier dein Profil. Da kannst du Passwort ändern und so weiter und so fort. Dann haben wir hier meine Seiten und Autoresponder. Unter Autoresponder kannst du die gängigen Autoresponder hinzufügen. Das wird auch alles noch geupdatet. Und es werden natürlich noch mehr Sachen hier hinzukommen. Vielleicht ist es auch schon zum Zeitpunkt, wo du das Video siehst, sind auch noch andere Sachen hinzugekommen. Wie zum Beispiel, dass du die Sachen in einem Google-Dokument speicherst. Das ist alles hier mit dabei. Und jetzt, wie funktioniert die Software? Wie funktioniert das Ganze? Was musst du machen? Du klickst hier auf Marktplatz. Hier findest du ganz viele verschiedene Webinare. Zum Beispiel die ganzen Webinare mit den Reseller-Lizenzen, die wir dir gegeben haben. Und auch natürlich auch noch die Produkte von Ralf. Und es kommen natürlich immer weitere Webinare monatlich hier hinzu. Das Einzige, was du nun machen musst, sind drei Klicks, die wir dir ja gesagt haben. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel hier das Produktbuch-Marketing-Webinar und sagen, jetzt promoten. In dem Moment, wo du das jetzt promoten klickst, wird es dir hier in deinem Dashboard hinzugefügt. Jetzt musst du nur noch eine einzige Sache machen. Du brauchst eine Digistore24-ID. Deine Digistore24-ID findest du, wenn du dich bei Digistore anmeldest. Dazu musst du einfach nur Digistore googeln, Digistore24. Und wir gucken mal, dass wir das hier finden. So, und hier kannst du dir einfach, wenn du hier auf jetzt registrieren klickst, einen kostenfreien Account erstellen. Und der Name deines Accounts, deine ID, die du davon hast, die musst du nun hier bei Web-Affiliate einfach nur hier eintragen. Zum Beispiel wäre das jetzt deine Affiliate-ID. Affiliate-ID. Und in dem Moment, wo du hier drauf klickst, ist alles schon quasi eingerichtet. Du kannst jetzt natürlich noch mehrere Sachen machen, aber du könntest jetzt schon anfangen, die Sachen zu promoten. Indem du hier auf Kopieren klickst, kannst du dir deine URL kopieren. Und hast nun schon deine fertige eingerichtete Affiliate-Webseite. Das ist jetzt einfach nur, weil ich langsames Internet habe. So, lädt aber schon alles hier wieder. Hier können sich die Leute für deine Webinar-Termine anmelden. Und wenn alles, was darüber läuft, wird automatisiert über eine API programmiert, deinen Provisionen hinzugefügt, wenn da jemand kauft. Das nächste, was du machen kannst, ist natürlich, du kannst hier deinen Tracking-Codes hinzufügen. Zusätzlich kannst du einen Autoresponder diesem Webinar hinzufügen. Das heißt, vorher musst du natürlich hier auf Autoresponder klicken. Du legst einen neuen Autoresponder an, gehst hier auf zum Beispiel Active Campaign, gibst die API-Schlüssel an, API-URL, API-Schlüssel und klickst auf Hinzufügen. Dann ist das hinzugefügt. Zurück, abbrechen. Und hier kannst du dann zum Beispiel sagen, ich füge hier einfach zum Beispiel dieses Active Campaign-Konto hinzu. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich wähle hier diese Liste aus und gebe dem ganzen XY als Tag. Fertig ab. Das ist natürlich, wenn du deine eigene E-Mail-Software hast. Ansonsten kannst du auch einfach das Ganze so promoten und kannst Provision damit verdienen. Aber wie gesagt, der Hauptsinn und Zweck ist, dass du ja hier deine eigene E-Mail-Liste auch aufbauen kannst. So funktioniert es. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg mit der Software. Das war ein kleiner Rundgang. Ich denke, das sollte jeder verstehen. Ist wirklich einfach und eigentlich selbst erklärend. Was du natürlich noch machen kannst, Track & Kurs habe ich ja gesagt, du kannst das Ganze auch hier wieder rauslöschen. Und was noch in Zukunft hinzukommen wird, du willst deine eigene URL. So, wie ihr seht, die Software ist wirklich unfassbar einfach. Also theoretisch kann die wirklich jeder benutzen, der noch nie was von Online-Marketing gehört hat. Und ich habe hier auch einmal die Software geöffnet. Denn die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also ich habe euch ja versprochen, ich erzähle euch mein persönliches Fazit zu dieser Software. Natürlich drei Klicks, um damit Geld zu verdienen. Das wird nicht funktionieren. Das ist klar. Es geht eher darum, wie einfach diese Software zu handhaben ist. Wenn man überlegt, allein ein Digistore-Account erstellen, sind ja schon mehr als drei Klicks. Das sollte ja irgendwie klar sein. Aber ich muss sagen, das Prinzip hinter dieser Software als Affiliate-Marketer ist unfassbar genial. Denn ihr müsst euch mal überlegen. Angenommen, ihr sucht euch ein Produkt raus und dieser Vendor hat ein Webinar. Und normalerweise ist das so, ihr schickt euren Traffic dahin. Und wenn es gut läuft, bekommt ihr eine Provision. Aber das war's. Und dieser gewaltige Unterschied dieser Software ist einfach, wenn ihr jetzt euren Traffic zu einem Webinar hinschickt, dann sammelt ihr E-Mails ein. Das bedeutet, theoretisch könnt ihr auch diese E-Mails nehmen und die nochmal mit fertigen E-Mails bewerben. Das heißt, nicht nur, dass ihr eine Provision bekommt, sondern ihr bekommt E-Mails. Und eine E-Mail-Liste ist im Online-Marketing unglaublich wichtig. Denn umso mehr Kontakte du hast, umso größer ist deine Reichweite an Menschen, die du erreichen kannst. Aus diesem Grund ist diese Software auch so genial. Also ich persönlich als Affiliate-Marketer würde die sofort weiterempfehlen, wenn du sagst, ich mache Affiliate-Marketing oder vielleicht nur Affiliate-Marketing. Diese Software ist wirklich, wirklich genial. Weil normalerweise, du schickst den Vendoren Traffic, 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 bekommst, wenn es gut läuft, auch eine Provision. Aber die E-Mails bekommt die ganze Zeit der Vendor. Und darum finde ich, das ist eine richtig gute Alternative. Plus, die haben auch gesagt, dass da noch mehr Produkte dazukommen. Jetzt ist halt viel Online-Geld verdienen. Also viele Online-Geld verdienen Produkte. Aber wie ich das jetzt auch verstanden habe, werden die nächsten Monate wirklich noch mehr Vendoren dazukommen. Ich habe auch mit einem anderen Vendor auch geschrieben. Und er hat sich da auch schon beworben. Und wird wahrscheinlich in nächster Zeit auch seine Produkte darüber launchen. Und darum, das ganze Ding ist ja jetzt noch ein bisschen so in der Testphase. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in ein, zwei Jahren das ganze Ding wirklich von jedem Affiliate-Marketer benutzt wird. Weil das ist wirklich ein Unterschied, wenn du nicht nur Provisionen bekommst, sondern auch E-Mails einsammelst. Also langfristig gesehen macht das enorm viel aus. Als Affiliate-Marketer kannst du definitiv von dieser Software profitieren. Plus, ich nehme das Video jetzt am 12.01. auf. Am 15.01. ist nochmal der letzte Launch-Termin, wo es diese Software wirklich als Einmalpreis gibt. Das ändert sich. Ich weiß nicht wann genau die das jetzt ändern, aber das wird sich definitiv ändern. Das bedeutet, dann musst du diese Software jedes Jahr neu bezahlen. Jetzt zum Launch hin musst du die nur einmalig bezahlen. Aber das kann sich wie gesagt nächste Woche schon wieder ändern. Darum lohnt sich das, wenn du jetzt wirklich Affiliate-Marketer bist oder generell Online-Marketer, diese Software einfach mal auszuprobieren. Einfach mal ein Produkt raussuchen und den Traffic dahin schicken. Ich habe das auch alles ausprobiert mit meiner eigenen E-Mail-Software und es funktioniert wirklich wunderbar. Also ich kann es wirklich empfehlen. Plus ihr bekommt hier teilweise 100% Provision. Aus meiner persönlichen Sicht ist es eine absolute geile Software. Auch wenn noch nicht so viele Produkte drauf sind, aber langfristig gesehen ist es eine wirklich geile Methode als Affiliate-Marketer viel mehr Provision und viel mehr E-Mail-Listen einzusammeln. Wenn du jetzt noch Fragen hast, kannst du in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich den Erfahrungsbericht, also den Blog-Artikel zu dieser Software auch einmal markiert. Genau und da kannst du einmal drauf drücken. Da kannst du das nochmal in Ruhe durchlesen. Da kannst du in Ruhe durchlesen. Vielen Dank. Vielen Dank.